Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eternal Eden. Im letzten Part konnten wir die dunkle Linette besiegen. Boah, schreck mich doch nicht so. Und ja. Ah, sehr schön. Ah, ich wollte doch... Mensch. Wir haben jetzt Cure 2 und zu viel Erfahrungspunkte. So, wir haben hier alle Gegner besiegt, deswegen haben wir Belohnungen verdient. Und wir können raus hier. Oh, ein Schwert. Nein! Oh, ein Schwert. Sehr schön. Okay. Jetzt können wir weiter. So. Ja, so. Ausrüsten. Gibt's noch was? Nein, nein. Oh. Die ist schlechter. Haben wir hier was? Nein. Jedenfalls nichts, was besser wäre. Und hier. Die ist besser. Okay. Und für dich haben wir da noch irgendwas. Schaut nichts aus. Aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen noch verkaufen. Verkaufen. So. Sell. Okay. Können wir alles verkaufen. Auf jeden Fall hab ich's bisher nicht gebraucht, also brauch ich's wahrscheinlich auch in Zukunft nicht. Wenn doch, tut's mir leid. Der nächste Mal wäre noch heute bin. Oder heute gehen wir jetzt noch an. Und dieétat So viel zum Verkaufen. Das macht... Genau, das ist schlechter. Das auch. Das auch. Gut. Können wir noch irgendwas kaufen? Das zählt. Machen wir mal fünf. Okay. Sonst nichts mehr gut. Dann geht's jetzt weiter. Auf zum richtigen, lebendigen Gaia-Tempel. Da ist der Eden-Tower in der Schattenwelt. So. Da waren wir ja auch schon. Da auch schon. Ich find die Musik hier auch echt eigentlich interessant. Also wenn man die Musik hier mit anhört... Dann find ich die passende Musik immer richtig klasse. So, da sind wir schon. Okay, weiter geht's. Was ist das? Ach, das müsste das eine Hossa sein. Genau. So, hier müssen wir hin. Genau. Und zurück in die Welt des Lichts. Schon sind wir wieder da. Let's hurry to Gaia-Tempel. Ja. Schöne Abkürzung. Danke. Also, wir konnten ja den Orb des Lebens nicht retten und deswegen werden die Feen jetzt auch sterben. Es ist all mein Fault. Wenn ich nur... Ich hätte nicht mehr leften, die Trampen. Das würde niemals auf den Feen. Und wenn wir ein Teil der Welt sind, dann ist das Dantzuell. Wir müssen das Verzügezeln. Wir müssen das Verzügezeln. Das Verzügezeln. Das Verzügezeln. Das Verzügezeln. Das Verzügezeln. Das Verzügezeln. Wir sind wirklich für eine spezielle Person. Das kann sich auch nicht mehr für die Welt. Das Verzügezeln. Das Verzügezeln. Jetzt ist es noch nicht. Ich weiß, junger Junge. Ich weiß über deinen Vater. Huh? Wir kennen unseren Vater? Hast du ihn kennengelernt? Wir Faeries haben immer Diviners. Das ist wie wir die ganze Zeit haben. Die zwei ganzen Zechriften des Universums in den Augen. Die wissen jetzt nicht, wie sie jetzt den Leuten kennen. Aber sie kennen den Vater von ihnen. Und deswegen... Ja. Deswegen, ja. Die sind alle von... Ein... Ja, das... Mega. Äh. Na... Was... Nonnethilis our father has worked for since the last time was not your presence. You might never meet him again. No, that's impossible, because he promised you we would meet again. We are powerless without him. You must trust in yourself. Your father helped you to be able to face such danger on your own. On your own. Now listen carefully. This reality is in a great danger. The evil that rule in the world of shadows is trying to take the role of a creator. Okay. Das böse, das in dieser Welt herrscht, wird die Rolle des Erschöpfers annehmen. Dobu? No, I think she meant Rishi. This world of light is secured by the trinity orbs. They act as some kind of pillars of this reality. If they are all broken, then this reality will become easy to manipulate to whoever wishing to change it. Ah, wenn also alle orbs des Lichts zerstürzen, wird die Welt untergehen. Our tribe was the keeper of the warp of life. The next orb is on a close watch to another tribe that hails in a deserted Kotaku tribe. You should travel there once you leave this place. They are probably in danger as we speak. In that case, what are we waiting for? We just cannot let this world crumble under our eyes. Wait. The tropical trail to the desert has become impassable ever since the drought started in this region. Joel, it's time for you to learn one of the greatest songs of our tribe. Weather song. Tutorial. With this song, you can now worry the weather at specific spots and make environmental changes occur. Please, Joel, help our heroes to reach their next destination. Only them may our species rest at peace for every fulfillment. Don't worry. We won't let any of this happen. We will protect the remaining orbs. We will meditate with the little energy left in us for the success of your quest. The last list I can do is to heal your wounds with the little power left in me. Do you want to warp at the entrance of this temple? Yes. Be careful. Okay. Ja. Das war's leider mit den Feen. Die werden... Take shot, cut. Die werden leider das nicht mehr schaffen. Hm. Eigentlich schade. Aber gut. Warte. Jetzt können die doch den Weather-Song... Mal sehen, ob das hier war. Nein. Hm. Weil der Klingster meinte etwas. Wenn ich einen bestimmten Sauber habe, muss ich an eine bestimmte Stelle zurück. Okay. Und so... Okay. Dann hier noch nicht. Gut. Dann geht's jetzt weiter. Wir sind zur Wüste, glaube ich. Wenn ich nur wüsste, wo die war, dann wäre das alles etwas leichter. Da. Hier sieht nach Wüste aus. Okay. Sieht so für mich nach einer ziemlich... Ja. Und der Regen kehrt zurück. Wow! This is wonderful! But I can swim! Oh man. Oh, hört euch die Musik an. Richtig schön. Und der Boden. Richtig mit Gras bedeckt. Das erinnert mich so ein bisschen an, ähm... Terranigma. Wo man auch den Regen und so wieder... Und... Ja, wo man alles wieder erwecken muss. Ich habe das nie gespielt, aber ich schaue das Let's Play bei der Evil Bloody Eyes. Ihr könnt ja auch mal vorbeischauen, wenn es euch... irgendwie... ähm... interessiert. Werbung Ende. Werbung Ende. So, jetzt kommt mal Boost Charge ein. Hm, was könnte... Was sind das? Okay. Hm. Was könnte den denn? Vermut mal Bolt. Und... Ich hab ihn einfach mal so an. Ja. Sieht auch schon mal gut aus. Hm, okay. Geht. Noah ist jetzt Level 29. So, wo kommen wir denn jetzt raus? Aber die Musik echt entspannt so richtig für dich. Die tut mir richtig gut. So, was speicheln wir jetzt erstmal? Wer sind wir denn jetzt? Ja. Auch geht. So... Du darfst... angreifen. Du darfst Feuer anwenden. Du darfst auch so angreifen. Oh, haha. Das ist ja nicht schlecht. Phonik haben es jetzt gefunden. Was? Ich wollte noch nicht schwimmen. Was? Sorry, es ruckelt gerade ein bisschen. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht wird's gleich wieder besser. Wer weiß. Ich hab doch sonst alle Prozesse beendet. Wird's nicht besser werden? Doch, es wird's. So, du darfst angreifen. Und du darfst auch angreifen. So. Tut mir leid, dass es gerade ruckelt. Ich werd aber auch gleich einen Cut machen. Und nachschauen. Okay. So, gehen wir mal her. Okay, dann mach ich jetzt einen Cut. Bis gleich. Äh, beziehungsweise bis zum nächsten Mal. Tschüß!